Hallo zusammen, mein Name ist Emma, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Halle und ich mache jetzt ungefähr seit einem Dreivierteljahr Musik und habe den Lockdown der Corona-Pandemie dazu benutzt, mir beizubringen, wie ich Musik auflege und habe mir dazu ein bisschen Equipment besorgt. Vielleicht geht es ja einigen von euch auch so, dass ihr schon immer mal wissen wolltet, was kaufe ich mir überhaupt, um anzufangen, wie verbinde ich zwei Songs miteinander, wie steige ich überhaupt ein, dann würde ich mich sehr freuen, euch am 29.11. im Livestream der Medienwerkstatt Leipzig begrüßen zu dürfen. Zum einen geht das auf Twitch, auf dem Kanal des Spiellabors der Medienwerkstatt und auf YouTube, auf dem Kanal der Medienwerkstatt Leipzig und da werden wir einfach ein paar Stunden zusammen verbringen. Ihr habt vor allem die Chance, Fragen zu stellen und zu erfahren, wie ich angefangen habe und was meine ersten Schritte waren und natürlich werden wir dann auch ein bisschen Musik zusammen machen. Ich freue mich auf euch und wenn ihr vorher schon mal reinhören wollt, was ich so mache, dann könnt ihr das auf soundcloud.com slash emma kfmn machen. Ich freue mich auf euer Feedback und auf eure Fragen.